hallo liebe zuschauer wir sind ja von kosamui nach tornsack gefahren zu unserem freund holger wo wir ja zwei nächte verbracht haben und der holger ist an einem tag mit uns zu der tempelanlage watzing kong gefahren wo sich ein riesiger buddha befindet leider sind die innenaufnahmen nichts geworden weil die sd-karte kaputt gegangen ist aber ich werde bestimmt noch mal dahin fahren um doch zu fliegen und zu filmen bei schöneren wetter wie ihr bestimmt gleich seht hat es da gerechnet vorher also lasst euch überraschen wie es beim nächsten mal aussieht so genießt die bilder und vielleicht kommt er auch dorthin tschüss so 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 so